Arno, musst du jetzt noch irgendwas machen oder Robin, brauchst du noch etwas zum Looten? Ja, ich brauch vielleicht einen Anschlag, also eine Drohne oder was. Drohne kann ich dir gleich hinwerfen, wenn du willst, dann dauert sie länger bei dir. Ja, ich bin ja mit dem Ghostbrenn. Warte, das machen wir auch gleich. Oder? Dann hast du ja nämlich gleich und immer schön zusammenbleiben, das war gut. So, alles klar. So, das ist jetzt wo rechts von der Oase kommen können, oder? Ja, hier in die Dinger wird oft gecampt da oben, auf die Türme hier. Okay. Da haben wir doch die... So, jetzt wollen wir mal gucken, die Tankstelle hier. Da ist doch die Spieler immer, wo wir so viel abgeschossen haben. Wo ich die SIM-Operator geknüpft habe. Das war eigentlich gemeintlicher Bedrohung bei eurer Position ist moderat. So, hier haben wir schon mal was. Batterie ist hier. Hier ist ein Wertgegenstand. Nehme ich mal mit. Da ist auch eine Batterie, zwei Batterien haben wir schon. Habt ihr hier eine Tauchermaske, alles? Kommt. Ne, ne, brauche ich noch. Hier ist eine. Gasmaske hier. Zwei wären hier. Und eine raus. Ich nehme mal mit. Hier ist eine Uhr. Eine Uhr hätte ich. Ja, wollen wir mit? So. Nimm du sie erstmal mit, du hast einen großen Rucksack oder ihr? Ja, ja. Ich hab nicht zu viel. Echt? Echt? Aufpassen. Ich bin im Krankenhaus in der Nähe. Krankenhaus ist auch in der Nähe. Das ist aber beim Kreisverkehr normal unten. Hier müsste... Polizeirevier sein. Da haben wir noch eine Festung. Da könnten wir auch hin. Beim Kreisverkehr runter. Wir könnten aber hier runter gehen. Hier ist die Bank. Da finden wir verschlüsselte Festplatte für eine Komweste oder... Gut. Oder verschlüsselte... Verschlüsselte USB-Stick. USB-Stick, ja. Lass uns zusammenbleiben. Ja. Du bist echt schnell immer. Aha. Willst du hin zum Auto oder was? Nein, zu dem Gebäude dahinter. Ah, wir müssen da drüber. Da drüber müssen. Wollte gerade sagen, deshalb... Ich war jetzt... Ich war ein bisschen verwirrt gerade. Ja, ich auch, weil der grüne Pfeil da markiert ist. Den habe ja ich gar nicht markiert. Das war ich. Da hin zum blauen Pfeil müssen wir. Da, wo sind die scheiß Bots? Normalerweise bin ich das hier von denen. Ja, da sind hauptsächlich viele Spieler. Die kommen da vorne nochmal. Die Bots. Bei dem Fahrzeug da vorne in der Gegend. Ich habe eine Batterie. Habe ich eine, stecke ich mit. Ich habe zwei. Da kannst du wegschmeißen. Okay. Ich habe zwei. Wir brauchen höchstens nur eine Handcreme. Eieieiei, seid schon wieder weg. Wenn es einen Doppelbeste braucht, sieht einer, ne? Die fütteln wir ja doch mal recht schnell. Ja. Verbannt? Braucht das jemand? Ja, ich, ich, ich. Nehm mit. Das ist für die sein, das ist was wichtig. Ja, ich loot halt hier im Haus jetzt erstmal ein bisschen. Ja, gut, gut. Passt schon. Aber wir sollten nicht zu weit weg, Robben. Ah, ich habe eine Spielekonsole. Spielekonsole habe ich ja noch. Also, was gebraucht man noch dazu? Comic-Heft habe ich. Comic-Heft habe ich auch. Gerade gefunden. Okay. Und dann brauchen wir nur noch den USB-Stick. Wir haben versucht. Dann hast du eine Tarnweste. Panzerweste Kai, hier. Nehm mit. Ich nehm mit, okay, gut. Kann man mitnehmen. Wenn den großen sind, sonst dauert das zu lang mit dem... Ich mach das. Jetzt noch eine Spielekonsole, aber eine reicht ja. Der muss einmal Sikario sein. Bestätigt den Abschluss, um das Kopfgeld zu kassieren. Robben, du bist wieder weit weg. Warte, wir sind noch am Looten. Wir sind eine ganze Schleife da. Ich mach nur ein bisschen die... Ja, Feuerzeugnimmjemand. Und das... Das wir zu Kill kommen, weil da... Das gibt's ja. Er hat schon wieder nett gezählt. So, Arno, Platte. Arno, Platte, Platte. Die Beste. Du hast einen Platz frei. Und ich bin besser geschützt. Äh... Wo ist denn die hin? Nicht mehr da. Blöd, hab ich die angezogen? Ich Idiot. Ja, dann hol sie halt mal. Was hast du angezogen? Okay. Dann lauf mal. Aus Seelein lernt man. Jetzt musst du das ganze Haus wieder durchsuchen. Ich hab aus Versehen die blöde Zweierblatt angezogen. Okay. Scheiß Dreck. Scheiß Dreck. Scheiß, wo war die? Geht mal wieder hoch. Da. Das ist ein Scherz. War das in einem anderen Haus? Schon. Ich hab immer noch. Also mit offener Visierung geht immer noch nichts. Das gibt's gar nicht. Da oben am Hang. Ja, hier war ich's noch. Also mit Zielfernrohr... Die nackige mit Zielfernrohr geht nicht. Warte. Oh, was sehen die denn alle? ULTRA 1, ein Operator in der Nähe bittet um medizinische Versorgung. Wieder gefunden. Ein Glück. ULTRA 1, da kommt feindliche Verstärkung. 500 Meter sind die anderen Operator weg. Mhm. So, wir können jetzt weiter. Wir müssen hier rein und dann haben wir den verschlüsselten USB-Stick. Ich hab immer noch keinen, das ist da nicht normal. Ich hab eine... Das ist schon ein bisschen scheiß jetzt. Was hast du denn nicht? Ja, ich... Ich kann die nicht knetschen. Egal ob ich's denn... Ich hab ja nackiges, ne? Das hatten wir ja geklärt. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja, ja, aber das... Funktioniert nicht, Kai. Das Ding muss runter. Das Zielfernrohr. Ja. Ja, und wie krieg ich das runter? Das wird mich interessieren, ne? Ja, du kannst das dann, glaub ich, vielleicht abwählen, wenn du halt höher bist in die Stufe. Du musst das Ding halt hochleveln. Da gibt's auch so Token, wo du Waffen hochleveln kannst, dass das schneller geht, ne? Oh, keine Ahnung, was das gibt. Okay, ich nehm den... Ersten Stock, du den Zweiten. Ja. Oder gut, dann geh ich rein sogar. Was haben wir hier? XB-Sticker... Ich werde geschossen! Ihr seid wohl schon am Looten und alles, ja. Ja, wir suchen nach dem Stick. Ja, da brauch ich ja nicht noch als dritter Mist hoch. Dann guck ich halt hier unten ein bisschen im Erdgeschoss. Hier ist nix. Schlecht aus. Das war ein Satz mit X. Mhm. Mhm. Vorigen Hand, Kim, braucht er eine Männer? Ich hab keinen Platz mehr, das ist das Problem. Ich hab keinen Platz mehr, das ist das Problem. Du kriegst ja Alnaa, Codename Pyroman, in deiner Nähe befindet. Es gibt ein Kopfgeld auf ihn. Hol es dir, wenn du willst. So. Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen werden auf der Taktikarte angezeigt. Hier oben ist noch eine Bank. Da ist auch ein Auftrag mit fairen Meldeaufklärung, glaube ich, ja. Hast du eine Uhr für mich? Sag mal. Was sag mal? Ich sag, hast du eine Uhr für mich? Ja. Gut, dann brauch ich die also jetzt. Wollen wir da hinten zur Bank gehen, zu der anderen? Ja. Ja. Können wir machen. Gut, dann kommst mit. Ich mach das Brückengeländer hier. Ja. Ultra 1, Achtung! Ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung. Hallo, du musst mir dann auch noch mal die Plattenweste geben, ne? Die 2er. Dann hast du auch noch mal einen Platz frei. Hätte auch noch einen Vorteil. Aber ich komme. Ich glaube, den habe ich jetzt auch vergessen. Kai, ich würde sagen, das habe ich verpennt. Ach so, wo? Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich würde sagen, wir gehen auf das Hochhaus und springen vom Hochhaus runter. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ich gucke hier nochmal, ob ich hier was finde. Nach dem ersten Seilzug. Irgendwo muss hier mal was. Auch war es ja mal filmig sein hier. Sagt mir dann, wenn er noch runter springt. Oder wollt ihr jetzt noch runter springen? Ja, sind wir schon runter. Ach, ihr seid schon runter? Okay, dann kommt es natürlich mit. Ich bin nach oben. Moment. Lass uns zusammenbleiben, Robin. Das ist das. Nicht zu schnell. Das gibt uns keine Sicherheit. Ich habe meine Panzerbrechende auch weggeschmissen. Idiot. Nee. Nee. So, ich gehe schon mal runter. Das erste OG. Guck da, da fahre ich. Goldbarren. Naja. Weiter schon drin. Okay. Ich finde, ich habe jetzt ein Eckgeschoss. Oh je. Ey, ich habe nur denn mal einen großen Rucksack in. Oder einen mittleren. Ich bin echt so scheiße aus. Doch, hast du das hier nicht zu fragen? Sehr gern. Ah, ich habe verschlüsselt ein USB-Stück. Verschlüsselt. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Das heißt, jetzt müsste ich theoretisch zur nächsten Einkaufsstation. Genau. Dann kriege ich deine Dreier-Reste. So machen wir es. Die ist direkt hier vorne. Ist die halbwegs sicher hier? Ist die hier? Ja. Gehen wir ja zusammen. Oder wollen wir denn da? Ich habe ja die Comweste. Dann sagt es mir gleich, wenn Operator kommt. Also gehen wir nach unten. Ja. Und jetzt sind... 200 Meter? Ja. Bin hinter dir. Gut. Dann kaufe ich mir auch gleich einen Rucksack. Dann haben wir das Thema auch schon mal auf dem Tisch. Moment, ich schaue schnell nur hier noch. Dann könnte vielleicht eine verschlüsselte Festplatte sein. Festplatte. Oder... CPU. Alkohol, wer braucht das? Ja, ich, ich bin nicht mit. Hier ist noch ein Verband hier drin. Ich bin nicht mit. Ah, da kommen, glaube ich, Bots draußen. Ultra 1, ein Zugmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Ach du Scheiße. Ich habe ja schon gelegt. Ach du mein, bitte. Ja, ich kann mich auch leider nicht hochziehen. Ich muss auch Platten schieben. Ich hoffe. Ich bin schon dabei, aber die schießen uns immer sofort hinter. Bäh. Ja, ich kann nicht. Bäh, besser. Mach es mal. Wollt ihr Oh nein. Da kommt feindliche Verstärkung. Oh ne! P вас, nein, da kommt feindliche Verstärkung. Da ist ja dieser Bug wieder! Wo irgend jemand da draufschießt und sieht man nicht. ja ich habe gerade mit sniper erstmals weggeholzt schießen da wohl gar keine da sind und er schießt ins gebäude verbannt habe ich einen du kannst du deine geben ruhe ja wohl irgendwas fehlt hier was brav so habe ich hier nichts mehr ich bescheuert ich habe spielekonsole comic-heft und verschlüsselte usb-stick hat aber ich lege die hier nicht vielleicht kann ich das aufmachen ich habe alles hingeschmissen schieben sie denn schon wieder die kleinen pf***er ah das ist mein verband hier ist perfekt hast du alles klar ich mach jetzt nochmal es ist so buggy da schießen die protzer auf einen obwohl keine da sind ja 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 und die treffen vor allen dingen auch das darf wohl nicht wahr sein hier sind verbände kai da hast du mal gehört sehr gut ok verband nur noch und ich habe das alkohol ding noch hier wo denn hier ich habe es da hingestellt sehr schön da kann ich ja meine beste auch machen aber die dreierisse nehme ich jetzt trotzdem mit die kriegt keiner die schmalte irgendwo mal hin so das müssen wir noch kommen festung noch vielleicht hier ist was runter geflogen vorratslieferung runter gegangen aber wir brauchen noch nichts wir haben ja alles oder jeder hat einen großen Druck ein Ding ja ja einen großen Rucksack brauche ich dann ich habe eine Meldaufklärung was willst du machen da ist noch eine Platte ich habe hier Panzerung ähm ja wir können höchstens zum Heli rauf und und mit dem Heli schnell die die Kisten abfahren rauffliegen und dann vielleicht einen großen Rucksack finden so machen wir es so oder eine Festung auch noch machen aber gut der Heli ist da ey das ist ja nicht normal ich werde hier abgeschossen ich weiß nicht wo die sind das darf ja nicht wahr sein wir sind unter der Erde weil es so packig ist so seid ihr hier? ich komm ja wo ist er denn der Heli? oben am Dach 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 und bis du guckst komm ich in meiner Kiste? ne ist nix hier ist die erste Kiste über hier hier sind die drei Kisten da drüben da ist ein was rotes da unten aber das sieht aus wie Bots obwohl die haben angehalten na gut sie sitzen aber noch sitzen aber noch jetzt sind sie draußen eine Kiste mal vielleicht ist gleich ein Rucksack drin ich bin auch gesprungen ne aber ne zwei Plantanweste Bombendrohne ich nehm es mal mit aber so hier ist fette Beute hier ist einer Kiste 50 Meter rüber hallo Kass und Maus? Kass und Maus, ja hallo feindliche Drohne umkreist das Gebiet auch mal Hilfe ähm ja die geb ich dir gerne Katrin einen Moment jedoch bitte he 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 gut diese diese gereizte Ton von der nochmal das ist schon geil ich würd sagen mal such mal den nächsten Exfil bevor ganz genau das nicht in die Scheidung geht komm her ach so ne deswegen nett sag mal lass uns mal rausgehen vielleicht insgesamt wird's oder 5 5 5 45 ja ich hab ja im Mittler beruhigt gesagt das ist ja schon mal gut ja sehr gute Zeit ja 1 2 wo ist denn der dritte Exfil ach da in der Mitte hier ist eine rote Kiste ja oh Operator-Platoon weiter 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 Nächsten das tun wir uns nicht an wir sind so gut ausgerüstet jetzt Platoon nicht das ein 4 wenn ein 1 oder 2 den fliegen wir hier runter mach die Dinge jetzt schon wieder so früh daheim du Mann oh man oh man oh man oh man ist auch kein Verlass mehr dass sie immer ordentlich weg bleiben aber der Kommentar war eben schon wieder gut es könnte auch von meiner gekommen sein ich brauche jetzt mal Hilfe Katz und Maus Spiel hier ich hab das Gefühl ich bin die Maus ich stehe halt auch gleich meine Drohne weil die krieg ich ja eh wieder sehr gut guck mal ob irgendwas in der Nähe ist und rein für den Feindliche Operator Feindliche Operator Aaaaaaaaaah Was für ein Feindliche Operator Nein die Extraktion ist unterwegs aber eigentlich ...feindliche Verstärkungen kommst du Teichnall rein Ach so Ok Aber es wird ja nichts angezeigt, ne? Du musst doch mal zum Tankteller. Du hast ja noch nicht eingeschalten, oder, die Drohne? Doch! Wirklich? Ja, die hatte ich eben schon ausgelöst. Ja, war nichts angezeigt. Nun. Wir warten, bis er gelandet ist und dann gucken wir mal. Dann lasse ich mal eine nicht fragen. Ist nichts. Oder wir haben mal eine Tarnliste. Das kann auch sein. Also, das machen wir. Wir gehen. Wir fliegen rüber. Treibstoff niedrig, wir müssen eh. Achtung, dass wir mal in den Dings kommen. Abspringen und rein. Oh, natürlich schon nur weit unten. Ah! Nein! Nein! Ich komme nicht hoch! Ich schaff's nicht! Steig hinten! Feindbeschuss! Komm schon, komm! Ah, nur 8 Sekunden noch! Ach so, du bist da unten! Ich nehme den Hügel runter. Ich wollte nicht in den Rodor reinlaufen. Das ist mir schon mal passiert. Ach so! Ach so! Hat jemand noch ein Selby übrig? Nein, ne? Nein, leider nicht. Nein, nur einen. Brauche ich noch irgendwas? Hier ist eine Bombendrohne, habe ich mal hingelegt. Falls einer will, weil ich kriege ja eh... Oh, zu spät! Ja, in deiner Position. Na ja, gut. Gut, war doch erfolgreich. Ja. Ja, war einfach. So, dann gehe ich mal meine Anrufe wieder tätigen. Und dann bis zum nächsten Mal wieder. Geht ja mal schneller direkt. Ja, also ich gehe heute Abend, wie gesagt, dann wisst ihr ja Bescheid schon mal. Ja. Also, Hori Do. Ciao, ciao. Wir haben Hori Do. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.